53 Kilometer, das ist ganz schön lang, aber es ist ja meine stärkste Disziplin. Ich bin im März schon mit Sean hierher gekommen, um die Strecke zu erkunden. Ich wollte hier wirklich präsent sein. Ich habe von Anfang an gemerkt, dass ich in Form war. Ich durfte einfach nicht die Konzentration verlieren. Auf den 15, 20 letzten Kilometern habe ich vor allem an meine Frau, meine Kinder, meine Großeltern, meine Mutter gedacht. Das hat mich jede Sekunde angespornt. Es kann vielleicht etwas lächerlich klingen, aber du arbeitest dein ganzes Leben lang für solch einen Moment, einen Moment, der dein Leben für immer prägen wird. Alles, was ich je getan habe, seit ich das Radfahren als Kind angefangen habe, hat heute seine Erfüllung, seinen Sinn gefunden. Das ist ein wirklich seltsames Gefühl.